Als namibischer Fußballer des Jahres bzw. der Spielzeit wird seit 2004 der beste Fußballspieler Namibias ausgezeichnet. Männer Entscheidungsfindung Es gibt pro Spielzeit zwei unabhängige Auszeichnungen. Die Entscheidung treffen bei beiden Auszeichnungen die zwölf Trainer der Namibia Premier League nach jeder Saison. Bei der Auszeichnung des Namibia Sportmagazins wurde in einigen Jahren eine Leserabstimmung durchgeführt. Bei der Auszeichnung der Namibia Football Association werden Vorgaben unter anderem in Hinblick auf die Nichtwählbarkeit von Spielern aus der eigenen Mannschaft gemacht. Ab der Saison 2009-2010 stimmt die Öffentlichkeit über die Spieler eines jeden Spiels der Namibia Premier League ab. Diese wiederum kommen in die Auswahl des Spielers des Monats und aus den Monatssiegern wird schlussendlich der Spieler des Jahres gewählt. 2009 wurde die Auszeichnung erstmals unter dem Dach der Namibia Premier League und nicht des Fußballverbandes vergeben. Die Auszeichnung wird vom namibischen Mobilfunkbetreiber MTC gesponsert. Bisherige Titelträger National 1 zur Zeit der Vergabe der Auszeichnung 2 gleichzeitig zum Spieler der Saison und des Jahres gekürt. International 1 zur Zeit der Vergabe der Auszeichnung Frauen Bisherige Titelträgerinnen 1 zur Zeit der Vergabe der Auszeichnung August 1 zur Zeit der Vergabe der Auszeichnung 1 zur Zeit dieser Vergabe der Auszeichnung 3